Wir wissen doch alle, dass Geek-Zeugs dich nicht interessiert, Muskel-Gubi. Was? Ich darf Geek-Zeugs nicht mögen? Bloß weil ich auf meinen Körper achte! Diskriminierung! Könnten wir diesen Poser bitte loswerden? Mädels, Mädels, ich hab eine Idee. Abenteurer, finde die drei verborgenen Fragen wahrer Geekigkeit. Tork, rätst du die Antwort auf meine Geek-Fragen-Dreihe? Dann bist du auch bei dem Spiel dabei. Münzen für Patronen! Patronen für Münzen! Auf ein Wiedersehen! Ihr seht, Sir Reginald von Bartlesby, Aristokraten-Rätselmeister. Wenn ihr eine von seinen harten Kopfnüssen knacken könnt, kriegt ihr eine Belohnung. Seid mir gegrüßt, Abenteurer. Ich habe ein Rätsel für euch. Ich bin alle und ich bin niemand. Überall, nirgendwo. Wie nennt man mich? Würfelt alle eure Einsichtswerte und wir sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Ich werde das Rätsel wiederholen. Ich bin alle und ich bin niemand. Brick, knall die Würfel nicht so auf das Brett. Du hast Tinas Figur kaputt gemacht. Rups. Äh, du hast gewonnen. Yay! Was war denn die Antwort auf das Rätsel? Pff, keine Ahnung. Einige magische Bösewichte, Wolf. Hier in der Nähe läuft ein, ähm, sagen wir mal, unmotivierter Golem rum, dem ein ziemlich krasses Schwert im Rücken steckt. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr es mir wieder beschaffen könntet. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das Rätsel lösen könnt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Was? Das ist eine Schusswaffe, die Schwerter zerschlieft? Allerdings. Diese Waffe schließt magische Schwerter und ist hammergeil. Die Bösewichte werden gar nicht wissen, was sie da erwischt hat. Aber sie werden sich wahrscheinlich denken, dass es Schwerter war. Das ist das beste Spiel, das ich je gespielt hab. Da ist der. Er scheint ein Läckerchen zu machen. Schleicht euch einfach ein und schmuckt euch das Schwert. Oh, ihr habt ihn wütend gemacht. Bringt ihn einfach um und zieht das Schwert aus dem Raus. Das ist trotzdem voll daneben, dass du Roland so reden lässt. Er ist auf dem Boden. Wie daneben ist es dein Arschgesicht? Let go, get rid of it, get rid of it. Na, Logo. Zart noch ein bisschen dran. Oh, scheiße, das steht nicht so gut. Das ist ja nicht mehr zum Leben. Ich bin hier auf, wenn die Gesundheit lebt sich wieder auf. Das ist fast draußen. Noch ein bisschen zieh. Gut gemacht. Jetzt bringt mir das Schwert, ja? Ich bin der Große. Von Vendankar. Zerstörer von Menschen. Schönen! Ah, 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 ah. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.